Dieses Wochenende war es soweit, es begann die erste Runde des DFB-Pokals 2022-23. Viele alte Gesichter treffen wieder aufeinander. Kickers Offenbach gegen Fortuna Düsseldorf, Eintracht Braunschweig gegen Hertha und die TSV 1860 München gegen Borussia Dortmund. Neben uns bekannte Traditionsvereine sind auch jedes Jahr eine Handvoll unbekannte und unterklassige Vereine dabei, die wir erst durch den DFB-Pokal richtig kennenlernen werden. In diesem Video zeige ich euch sieben unbekannte unterklassige Fußballvereine, die ihr erst durch den DFB-Pokal 2022-23 kennengelernt habt. Nummer 7, 1. FC Kahn-Marienborn Der 1. FC Kahn-Marienborn ist ein Sportverein aus der gleichneibigen Kahn-Marienborn, einem Stadtteil von der Stadt Siegen in Nordrhein-Westfalen. Gegründet wurde der Verein am 1. Juli 2007. Dabei wurde die Fußabteilung des seit 1886 bestehenden TUS 1886 Kahn-Marienborn übernommen. Der Verein ist kein Verein, der mit eigener Kraft wächst, sondern von einem ehemaligen Geschäftsführer und Gesellschafter der Maschinenfabrik Herkules im Ort unterstützt wird. Über die Bezirksliga, Landesliga und die Verbandsliga stieg der Verein 2016 in die Oberliga Westfalen auf und zwei Jahre später gelang es den Aufstieg in die Regionalliga West. Nach Abstieg 2018-19 spielt der Verein 2022-23 wieder in die Regionalliga West, die vierthöchste Spielklasse Deutschlands. Als Meister der Oberliga Westfalen 2021-2022 hat sich der 1. FC Kahn-Marienborn erstmals für den DFB-Pokal erste Runde qualifiziert. Im Pokal musste man gleich in der ersten Runde gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg ran, wo man am Ende mit knapp 0 zu 2 verlor. Nummer 6. TSG Neustrelitz Der TSG Neustrelitz ist, glaube ich, der etwas bekanntere Klub auf dieser Liste. Die Turn- und Sportgemeinschaft Neustrelitz eingetragener Verein ist ein Sportverein aus dem wunderschönen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern und galt für eine längere Zeit als zweitstärkste Kraft in Meck-Pom. Die Vorgängervereine der TSG waren nicht so wirklich erfolgreich. In der DDR spielte der Verein hauptsächlich zwischen der 4. bis 3. höchstens 2. Liga. Im DDR-Fußballpokal spielte man regelmäßig mit, aber kam dort höchstens mal ins Achtelfinale. Nach der Wende spielte die TSG Neustrelitz in der Verbands- und Landesliga. Aber ihnen gelang der Durchmarsch von der Verbandsliga in die Oberliga Nordost und 2012 in die neu geschaffene Regionalliga Nordost auf. Man gewann insgesamt dreimal den MV-Landespokal und qualifizierte sich damit für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals. Dort unterlag man 2007 den KSC mit 0 zu 2 nach Verlängerung, 2008 den TSV 1860 München mit 0 zu 2 sowie 2013 den Bundesligisten SC Freiburg ebenfalls mit 0 zu 2. In der Saison 2013-14 war Neustrelitz derartig erfolgreich, dass der Verein bereits nach dem 28. Spieltag als Meister feststand. Eigentlich müsste Neustrelitz als Meister der Regionalliga Nordost verdienen in die Drittliga aufsteigen. Aber da das System in der Regionalliga so mega kack ist, mussten sie in die Aufstiegsspiele gegen die zweite Mannschaft von Mainz, was man leider 1 zu 5 verlor. Der Verein verschwand immer und immer mehr und stieg 2017-18 endgültig in die Oberliga Nordost ab. Dort entwickelt sich der Verein zu einem durchschnittlichen Mittelfeldverein in der 5. Liga. 2021-22 gewann die TSG den MV-Landespokal und qualifizierte sich wieder für den DFB-Pokal. In der ersten Runde traf man erneut auf den KSC, gegen die man aber nicht 0 zu 2, sondern 0 zu 8 verlor. Nummer 5. FV Engers 07 Der Fußballverein Engers 07 ist ein Fußballverein aus der 5000-Einwohner-großen Stadt Engers in Rheinland-Pfalz. Den Verein gab es schon in den 1930er Jahren und spielte ab und zu in der Gauliga, die damalige 1. Liga des nationalsozialistischen Deutschlands. Nach Ende der Nazi-Herrschaft spielte der Verein lang nicht mehr oben mit, sondern eher in den unterklassigen Ligen. Als dann noch die Bundesliga eingeführt wurde, war der Verein tief in den Amateurfußball versunken. Irgendwann schafft der Verein es wieder hoch und ist seit 2017 regelmäßig in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar vertreten. Nach einem 5 zu 0 Sieg gegen FC Karbach im Rheinland-Pokalfinale 2020 qualifizierte sich der FC Engers 07 erstmals für die Hauptrunde des DFB-Pokals, aber verlor in der ersten Runde gegen Bochum. Jetzt gewann Engers wieder den Rheinland-Pokal und wird im DFB-Pokal 2022-23 auf den Zweitligisten Arminia Bielefeld treffen. Nummer 4 SV Oberachern Der SV Oberachern ist ein Fußballverein aus der baden-württembergischen Stadt Achan. Der Verein wurde als FV Oberachern am 6. Oktober 1928 in einem Gasthaus gegründet. Sportlich schafft es der Verein ab der Saison 2003-2004 in kürzester Zeit von der Kreisliga A bis in die Oberliga Baden-Württemberg aufzusteigen und zählt seit denen hinter den SC Freiburg und den Darlinger SC zu den Top-Vereinen in Südbaden. In der Saison 2021-2022 konnte der SV Oberachern durch einen Sieg über den DJK Donausschingen erstmals den südbadischen Pokal gewinnen. Auch qualifizierte sich der Verein dadurch erstmals für die erste Runde des DFB-Pokals und empfängt dort den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Nummer 3 Teutonia Utensen Der FC Teutonia 05 Utensen, auch Fußballklub Teutonia von 1905 eigentragender Verein, Altona Utensen genannt, ist ein Fußballverein aus dem Hamburger Stadtteil Utensen im Bezirk Altona. 1905 wurde dieser Klub in einer Stehbierhalle von 10 Personen gegründet und es kamen noch weitere Mitglieder aus den 1904 aufgelösten FC Harmonia Hamburg hinzu. Der FC Teutonia war von 1921 bis 1924 von 1926 bis 1928 erstklassig. Im Laufe der Geschichte verschwand der Verein immer weiter in den Amateurfußball und man hörte nur noch sehr wenig von diesem Verein. Erst als der Verein 2017 in die Oberliga Hamburg aufstieg, hörte man wieder was von Teutonia. Es dauerte danach nicht mehr lange, als der Verein wieder in den Schlagzeilen steht. Ende September 2017 wurde Teutonias Liga-Manager entlassen, nachdem er auf eine Pressekonferenz, Zitat, Sieg Heil gerufen hatte. Der Skandal verbreitete sich danach sehr schnell in den Medien und der Vorfall sorgte nicht nur für bundesweite, sondern auch für internationale Empörung. Wenn man erwartet, dass dieser Verein organisch gewachsen ist, muss man euch enttäuschen. Der Verein hat, hatte seit längerem einen Investor, den russischen Mineralölkonzern Luk Öhl, der den Verein in spät zwei Jahren in der dritthöchsten deutschen Spielklasse sehen möchte und auch vorhat, den Standort nach Lübeck zu verfrachten. Anfang März 2022 gab der Verein kurz nach dem Beginn des militärischen Eingreifens Russlands in der Ukraine bekannt, dass man die Zusammenarbeit vorzeitig beendet. Am Ende der Saison 2021-2022 gewann Teutonia durch eine 2 zu 1 nach Verlängerung über FC Altona 93 erstmals den Hamburger Pokal und nimmt dieses Jahr gegen RB Leipzig erstmals an der Hauptrunde des DFB-Pokals teil. Nummer 2, Blau-Weiß-Lohne BW-Lohne oder auch Sportverein Blau-Weiß-Lohne bekannt, ist ein Sportverein aus Lohne im Südwesten Niedersachsens. Der Verein wurde 1894 gegründet und war unter verschiedenen Namen bekannt. Einer von denen war der FC Roland Lohne, der einmal die Gaumeisterschaft von Wildeshausen gewann. Danach wurde der Verein zum Sportverein Blau-Weiß-Lohne und spielte im guten Aberteurbereich mit. Von Landesliga, Verbandsliga und Oberliga spielt der Verein heute in der Regionalliga Nord die vierthöchste Spielklasse Deutschlands. 2020 erreichte Lohne das Niedersachsen-Pokalfinale der Amateure und nach einem Elfmeterschießen-Erfolg gegen den Hesslinger SC qualifizierte sich der Verein erstmals für den DFB-Pokal und trifft dort auf den Bundesligisten Augsburg. Nummer 1, Einheit Werninger-Rode Der FC Einheit Werninger-Rode ist ein Fußballklub aus Sachsen-Anhalt, der aktuell in der Oberliga Nord-Ost-Süd spielt. In Zeiten der DDR spielte der Verein zwar nie in der höchsten Spielklasse, dafür 1975 für die zweithöchste Spielklasse. Nach der Wende 1990 gründete sich der FC Einheit 1990 Werninger-Rode neu und spielte zu Beginn in der neu geschaffene Verbandsliga Sachsen-Anhalt. Wegen interner Unstimmigkeiten und die immer schlechter werdende finanzielle Lage wurde der Verein 1998 aufgelöst und neu gegründet. Der Verein musste danach in der Kreisklasse starten, aber es gelang ihnen innerhalb von vier Jahren den Durchmarsch bis in die Landesliga. Im Jahr 2004 gelang der Aufstieg in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt, wo man schnell wieder abstieg. 2008-09 kette der Verein jedoch wieder in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt zurück. Aktuell spielt der Verein in der Oberliga Nord-Ost-Süd und kam 2020 ins Landespokalfinale Sachsen-Anhalt. Zwar wurde das Finale gegen den 1. FC Magdeburg mit 0 zu 5 verloren, Da sich die Magdeburger bereits als Drittligameister automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert hatten, nimmt der FC Einheit Werninger-Rode als Finalist ebenfalls am DFB-Pokal 2022-23 teil. Dort jedoch verlor der Verein bereits in der 1. Runde gegen SC Paderborn 0 zu 10. Ja da, das waren alle sieben Klubs. Welchen Verein kanntet ihr schon vor den DFB-Pokal bereits? Schreibt eure Meinung und diese Vereine gerne in Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was die besten Reservemannschaften aller Zeiten waren oder wissen wollt, warum manche Fußballwettbewerbe nicht mehr weitergeführt werden, dann klickt hier in der Endcard. Dort könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken. Das war's in dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao!